Sie gehen nun durch die Wassergasse in Richtung der Stadtmühle und werden von historischen Persönlichkeiten aus der Zeit der Staufer begleitet. Zunächst sehen Sie Kaiser Friedrich I. Barbarossa, einen berühmten Herrscher des Mittelalters. Er wurde 1122 geboren und 1155 zum Kaiser des römisch-deutschen Reiches gekrönt. Zahlreiche Konflikte prägten seine Amtszeit unter anderem mit den oberitalienischen Stadtstaaten, den Normanen und mit dem Papst. In dieser Zeit entwickelte sich aber auch der Hof zu einer Institution königlicher Macht. Bei einem Kreuzzug ertrank Barbarossa 1190 im Fluss Salev in der heutigen Osttürkei. Als nächstes begegnen wir Kaiser Heinrich VI., Sohn von Kaiser Barbarossa und Beatrix von Burgund. Er wurde 1165 geboren und 1191 zum Kaiser gekrönt. 1192 nahm er den englischen König Richard Löwenherz gefangen, der auf dem Rückweg von einem Kreuzzug war. 1193 war Richard Löwenherz Gefangener auf dem Triefels. Heinrich VI. starb nach nur sechs Jahren Regentschaft im Jahr 1197. Der nächste in der Reihe ist Kaiser Friedrich II., der von 1194 bis 1250 lebte und 1220 Kaiser wurde. Er ist der Sohn Heinrichs VI. und Konstanzes von Sizilien, die die nächste Figur in der Staufergalerie darstellt. Friedrich II. führte das Reich der Hohenstaufer zur neuen Blüte. Er verbrachte seine Jugend auf Sizilien. Die verschiedenen Kulturkreise des Christentums, des Judentums, des Islam und der Antike haben ihn geprägt. Er dichtete Minnelieder und verfasste ein Buch über die Falkenjagd. Der Grundriss des Castel del Monte in Apulien geht auf seine Ideen zurück. Für die Stadt Anweiler hat er eine besondere Bedeutung, weil er der Stadt die Stadtrechte verlieh und ihr so zu einem wirtschaftlichen Aufschwung verhalf. Sie erreichen gleich die Gerbergasse, nachdem sie die Hauptstraße überquert haben. Dort sind noch zwei weitere Personen der staufischen Ära zu sehen, der Reichsdrucksess Marquardt von Anweiler und der letzte Stauferregent Konradin, ein Enkel Friedrichs II. ... ... ... befreiten.